Musik Dann habe ich mir gesagt, ich muss was anderes tun. Ich habe dann zufällig eine Postwurfsendung bekommen von einem Fitnessstudio und bin mal hin zur Probe. Und seitdem gehe ich regelmäßig in Fitnessstudios. Es macht mir großen Spaß und ich habe das als sehr wichtig empfunden. Und mein Rücken hat sich sehr, sehr gebessert. Ich bin fast schmerzfrei. Musik Ja, ich gehe hier im Fitnessstudio zuerst zehn Minuten aufs Fahrrad. Und dann auf sechs Geräte, auf denen ich jeweils dreimal 20 Übungen mache. Damit stärke ich die Muskulatur, die Beweglichkeit. Musik Ja, es ist sicherlich das Fitnessstudio. Es ist aber auch der rohe Lachs, den ich jeden Morgen esse zum Frühstück. Und das Schnapsal, was ich abends nach dem Abendessen trinke. Musik Musik Ja, ich gehe hier im Fitnessstudio. Musik 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 Musik